immer den rest für schild okay egal auch wenn es auf dem dach geht aber ich habe ihn er soll auf dem Boden bleiben und du sollst ihn verrecken du sollst ihn verrecken ich bin so, ah, Sack ist er wunderschön 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 im wichser ich komme noch nicht hoch scheiss LKW Digger nein Torster Die hat falsch gemacht, ich hab gedrückt Unter dir! 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 Du hast dir selbst diese Belübung! Nein! Ich! Ich! ich komme nicht mehr weg ich komme nicht mehr weg ich komme nicht mehr weg ich komme nicht mehr raus ich komme zu dir ich habe mich eingequetscht und du wachst am boden rum ich komme nicht mehr raus ich habe eine idee vielleicht glitschst du da irgendwie raus nein mein wirst du Gegner, mein wirst du Gegner, mein wirst du Gegner, nimm den, nimm den nein der hat mich überfahren oh man der helis explodiert und ich bin gestorben nein nein ich habe ihn angehittet oh nein der hat mich der hat mich nein ich habe Kreis gedrückt ich habe Kreis gedrückt aufgeben habe ich gedrückt bin ich in der zone noch? da sind welche ne Investor- din Fuss möchte ich nicht nein du füschst nicht nein Püschst nicht dieriadne drin, aber f discrete die kämpfen die kämpfen ja es ist so schwierig war immer noch da ja ja die wissen dass du wieso werden die mich die haben alle geistiger schau mal die werden nicht angezeigt ich komme nicht weg ich kann nicht weg warum die tür so wenn er aufmacht macht die tür wieder mein erster so wie ich habe ihn habe ihn ich komme nicht raus ich bin einfach zu schwein ist so fett war in schwein aber ich komme nicht raus ich komme nicht raus wie komme ich jetzt raus ich komme nicht raus was mache ich jetzt ich bin rausgegletscht ich bin da draußen ich glaube es ist auch nicht gut mit scharfschutz im visier ich bin runtergefallen den schacht es sieht aus wie wot auf unzeichen leute ohne scheiss es sieht aus wie hier bin ich da kommt runter ich fand nicht auf nein als ob ich muss mich ein kurz auf dem dach das nicht nachladen beim heli dann springst du doch raus mit dir ist echt katastrophe heute jetzt ohne witz ich geh zur nächsten kiste ja geh zur kiste gott hast du gesoffen komm jetzt rein schnell jetzt ohne scheiß jetzt ganz ehrlich was machst du was machst du ich sag doch vier exausten nicht drücken komm runter komm runter ach woher wir können nicht mehr wegkriegen heli explodiert gleich kritischer gut soll ich alles wegen dir ohne witz komm 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 nein wie knapp digger er hat die fallschirm geöffnet ich geh unten da war auch kein falsches Symbol da das meinte ich w atste der kann das r r r r r r r r r